Ich bin die Malin, bin im zweiten Lehrjahr und mache Ausbildung als Müllerin bei der SwissMill. Wir sind dafür zuständig, dass wir das Getreide annehmen, reinigen und anschliessend malen, damit es nachher ein schönes Mehl gibt. Ich mache eigentlich ziemlich alles gerne, weil ich finde es sehr abwechselnd reich und dadurch sieht man auch sehr viel. Und ich habe auch gerne das Handwerk, damit man immer etwas machen kann. Meine Kollegen denken hauptsächlich, man macht etwas Mehl, aber sie wissen halt nicht, was dahinter ist, wie viele Maschinen man braucht und das Fingerspitzengefühl. Und man ist in jeder Abteilung etwas tätig. So sieht man alles, was man in diesem Beruf machen muss.